Fußball, ein reiner Männersport, weit gefehlt. Welch Potenzial die Damen in dieser Sportart haben, dürfte die Frauenfußball-WM in Deutschland jedem vor Augen geführt haben. Bei uns in Südtirol gibt es natürlich auch Frauenfußball-Mannschaften, beispielsweise den CF Südtirol. Die neue Mannschaft für die Saison 2011-2012 wurde heute Vormittag in der Brauerei Forst vorgestellt. Die neue Meisterschaft der Serie A2 im Frauenfußball beginnt am 9. Oktober in Padua. Die neue Mannschaft des CF Südtirol ist gerüstet. Sie präsentierte sich heute erstmals der Öffentlichkeit. Ort des Geschehens, die Brauerei Forst. Und das war keineswegs Zufall, denn es gibt einige Berührungspunkte. Die traditionsreiche Brauerei ist ebenfalls fest in Frauenhand und unterstützt die Fußballerinnen seit der ersten Stunde. Wenn eigentlich der Damenfußball überhaupt nicht bekannt war in Südtirol, hat die Firma Forst eigentlich vom ersten Moment an diese Mannschaft unterstützt und tatkräftig unterstützt. Und ich glaube, wir müssen der Firma, der Frau von Mainstein, besonders uns bedanken, dass sie an uns geglaubt hat und uns dieses Vertrauen geschenkt hat. Und Unterstützung wird es auch in Zukunft geben, wie Schriftstücke es belegen. Die Geschäftsführerin der Brauerei selbst hält eben sehr viel von Damenfußball. Damenfußball hat vielleicht hier noch nicht so den richtigen Stellenwert. Aber in Deutschland also enorm, schon seit Jahrzehnten. Und man hat ja bei der Weltmeisterschaft gesehen, es hat ja fast mehr Zuschauer gehabt als die Herren. Und die Damen sind schon ganz gut vorbereitet und die wollen was. Der CF Südtirol will in der neuen Saison ganz vorne mit dabei sein. Leider war der Ausflug in die Serie A nur von kurzer Dauer. Dafür ist die Chance zu überzeugen in der zweithöchsten italienischen Liga noch mal größer. Die heurige Saison ist neu. Wir spielen in 3-2. Wir haben sicherlich Ambition, irgendwann einmal wieder hinaufzukommen, sobald das möglich. Und ich glaube, wir haben sicherlich die Möglichkeiten und die technischen Voraussetzungen, dass wir ganz, ganz vorne mitmischen können. Die neue Vizekapitänin ist stolz auf ihr Amt und mindestens genauso zuversichtlich. Das ist eigentlich fast eine Ehre. Jetzt spiele ich das vierte Jahr bei der Mannschaft. Und es ist eine tolle Erfahrung, auch weil mit der Alessandra Tonelli, der Kapitän ist, ist eine gute Zusammenarbeit da und da sind wir gespannt. Mit neuem Elan, Hoffnung und viel Ehrgeiz starten die Spielerinnen des CF Südtirol in die Saison 2011-2012. dass